Werner Zeusel war ein bayerischer Volksschauspieler und Bühnenautor, Leben und Werk. Werner Zeusel wirkte seit Ende der 1970er Jahre in mehreren bekannten Fernsehserien mit, darunter der Millionenbauer, die Hausmeisterin, Tatort und der Bulle von Tölz. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle als singender Hausmeister Stürzlinger in der Kinderreihe Meister Eder und sein Pumuckl. Den gleichen Charakter verkörperte er auch 1994 in dem Kinofilm Pumuckl und der Blaue Klabauter. Der Schauspieler war Mitglied des Komödienstadel-Assembles und war zuletzt 2006 in der erfolgreichen ARD-Serie um Himmelswillen an der Seite von Fritz Wepper und Jutta Speidel zu sehen. Er war mit der Schauspielerin Eva Hatzemann-Zeusel verheiratet. Filmografie Kinofilme 1986 Hatschipu 1994 Pumuckl und der Blaue Klabauter Fernsehfilme 1975 Der Wohltäter 1977 Die Widerspenstigen 1979 Tatort Spiel mit Karten 1979 Tatort Maria im Elend 1980 Die Undankbare 1981 Tatort Im Fadenkreuz 1982 Die Tochter des Bombadon 1985 Komödienstadel Schneesturm 1987 Tatort Passion Tosca oder die Sterne lügen nicht 1989 Sturm im Wasserglas 1991 Tatort in Himmels 1993 Grüß Gott Genosse 1996 Jäger Blut 1999 Tartort Viktualienmarkt Fernsehserien 1978 Auf Achse Flieh Genderstart 1980 Derrick der Tod sucht Abonnenten 1981 Derrick das sechste Streichholz 1982 Der alte tote Lumpen jagt man nicht 1982 Meister Eder und sein Pumuckl Das neue Badezimmer Das Weihnachtsgeschenk Der erste Schnee Das Spanfackel-Essen Pumuckl und die Angst 1983 Polizeiinspektion 1 Die Fortuna Verkehrs GmbH 1983 Weißblaue Geschichten B.U.A. oder Madl Der Briefwechsel Der Gasableser Der Dorfbrunnen 1988 Der alte Kein gutes Ende 1988 Lindenstraße Laura 1988 Meister Eder und sein Pumuckl Die geheimnisvolle Schaukel Pumuckl und die Katze Eders Weihnachtsgeschenk 1988 Meister Eder und sein Pumuckl Pumuckl ist an gar nichts schuld Der blutige Daumen Das Spiel mit dem Feuer 1989 Die Hausmeisterin Blumen für Isidor 1992 Forsthaus Falkenau Autowilderer 1994 Die Wache Kleine Gefälligkeiten 1997 Frauenarzt Doktor Markus Mörtlin Die Duftnase 1999 Kaffee Mein Eid Kinderfasching 2000 Der Bulle von Tölz Triebjagd 2001 Forsthaus Falkenau Selbstfindung 2002 Forsthaus Falkenau Hausmittel 2002 Tierarzt Doktor Engel Das Mysterium 2002 Der Bulle von Tölz Mörder unter sich 2004 Der Bulle von Tölz Krieg der Sterne Hörspiele 1986 Hatschipu 2005 Kleine Fische Folge 1 Rumdackeln 2006 Kleine Fische Folge 2 Desnae Radl 3 4 5 5 9